Ja, ich glaube schon, dass wir natürlich jetzt erst zwei Wochen mit dem neuen Trainer arbeiten, sehr, sehr intensive Zeit, natürlich viele Gespräche und auch viel im konditionellen Bereich noch gemacht. Es ist eine anstrengende Rückrunde, wir haben noch ein, zwei Verletzte, die jetzt auch noch dazustoßen werden. Aber ich glaube schon, dass wir auf einem ordentlichen Weg sind. Ja gut, dass wir am Ende der Innenrunde verunsichert waren. Ich denke, das hat jeder gesehen, er probiert uns irgendwo stark zu reden, aber uns auch klipp und klar zu zeigen, was wir wie besser machen müssen. Und ich glaube schon, dass er da eine strenge Ansprache hat, aber eine ehrliche und ich glaube, das kommt ganz gut an, ganz. Na, Zielsetzung ist natürlich erst mal Punkte holen. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drum herumreden, wir haben wenig geholt in der Innenrunde, demzufolge gilt es direkt in Darmstadt loszulegen. Und ansonsten fordert er natürlich, dass wir es miteinander machen. Wir haben einen sehr, sehr breiten Kader, wie gesagt, ein, zwei Verletzte werden jetzt noch wiederkommen, die uns sicherlich auch weiterhelfen und dann müssen wir es alle gemeinsam packen, dort unten rauszukommen.